Was ihr habt, ist eine Tafel. Die sieht nur ein bisschen anders aus. Weißen Stift, sieht wie einfach sich das mit dem Apple TV verbindet und schon haben die eine grüne Tafel. Das ist perfekt. Die Grundidee, dass wir die iPads bei uns ab dem Jahrgang 5 vor zwei Jahren dann konsekutiv eingeführt haben, war eigentlich, dass wir festgestellt haben, wir stehen im Klassenraum und schreiben mit Kreide an grüne Tafeln und die Kinder gehen nach Hause und überarbeiten das Ganze dann an ihren iPads. Dann haben wir überlegt, wie kann man die Lebenswirklichkeit der Kinder einfach besser abbilden und wie kann man die Möglichkeiten nutzen, die diese Geräte einfach bieten. Die Schülerinnen und Schüler waren ohnehin von der Idee begeistert. Das iPad dient schlicht und einfach nur als Ergänzung. Das ist ein weiteres Werkzeug in unserem Werkzeugkasten. Die Kinder, die brauchen dieses Werkzeug demnächst. Wir können uns nicht leisten als Schule, die mit einem halben Werkzeugkasten ins spätere Leben zu entlassen. Für uns als Schule war halt extrem wichtig, dass wir einen Partner finden, der uns ermöglicht, ein sehr, sehr einfaches Bestellsystem zu realisieren. Und Bechtel hat gesagt, klar, machen wir. Ihr kriegt einen Webshop. Die Lehrer freuen sich, dass sie jetzt alle Ideen, die sie immer schon mal hatten, tatsächlich mit den Geräten und mit den Klassen umsetzen können. Und dann auch schon wieder. Das ist eine Ergänzung. Vielen Dank.